Rechte Lebensführung ist das fünfte Glied. Nach den Erklärungen des Buddha heißt das, seinen Lebensunterhalt durch rechte und ehrliche Arbeit, die andere nicht schadet oder sie bekümmert, zu verdienen. Der Buddha nennt ausdrücklich fünf Tätigkeiten, die alle Nachfolger vermeiden sollten. Den Handel mit Waffen, mit Wesen, also Sklaverei, mit Fleisch und mit berauschenden Mitteln und Giften. Die letzten drei Glieder des Weges bilden auch eine Gruppe, weil sie ein gemeinsames Ziel haben, und zwar geistige Reinigung und die Erlangung von Einigung, Samadhi. Der Buddha betont, wie wichtig die Einigung des Geistes ist, denn um die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, muss der Geist gesammelt und stetig auf die beobachteten Objekte gerichtet sein. Wenn der Geist unstetig, flatterhaft und schwankend ist und vom impulsiven Drang und müßigen Gedanken bestimmt wird, ist echte durchdringende Einsicht unmöglich. Somit kommen wir zur Stufe der meditativen Schulung, die darauf abzielt, die zerstreuten Fähigkeiten des Geistes zu sammeln und ihn zu einem kraftvollen Instrument der Beobachtung und des Begreifens zu machen. Buddhistischer Broterwerb Sie können selbst die einfachste Handlung buddhistisch tunen. Seien Sie sich bewusst, dass Ihre Arbeit ein Teil zum großen Ganzen beiträgt und andere darin unterstützt, ihren Teil beizutragen. Was auch immer Sie heute tun, tun Sie dies in einer inneren Haltung der Präsenz, Aufrichtigkeit, Fürsorge, Liebe und Großzügigkeit. Ganz egal, ob Sie telefonieren, beraten, einen Bus fahren, Akten sortieren oder die Buchhaltung machen. Stellen Sie sich einfach vor, dass Sie Ihren Kollegen die Arbeit erleichtern, wenn Sie Ihre so gut wie möglich erledigen. Denken Sie aber auch an sich selbst. Wenn Sie rechtzeitig Feierabend oder eine Pause machen, tun Sie nicht nur sich, sondern auch der Gemeinschaft etwas Gutes. Denn nur so erhalten Sie Ihre Gesundheit und Ihre Fähigkeit, in der Welt heilsam zu wirken.